Und gemeinsam auf drei! Drei, zwei, eins, halt, fein! Jawohl! Zwei, eins! Ok, der Wahnsinn nimmt seine Daumen! Du bist die allererste gewesen, die losgelaufen ist. Ja, ich bin die erste gewesen, die erste im Ziel für Reebok am Start. Von mir aus hätte es auch 10 Kilometer sein können. Nein, nein. Es hat super viel Spaß gemacht. Der Farmbruster-Run, den ich je mitgemacht habe. Und super international. Ich habe dann so zwei nette Herren getroffen. Die hatten ein pinkies und ein orangenes kleines Höschen. Und habe gesagt, oh, ihr habt aber ein süßes Höschen an. Und die meinen, what? We don't understand! Also, total Multikulti. I love it. Peace!